So, wo waren wir denn jetzt hier? Äh, ja, genau. Bei den Steuern. Jetzt haben wir wieder 83, aber da wird auf jeden Fall nochmal runtergehen. Jetzt haben wir wirklich Nahrung knapp und es ist erst Dezember. Ihr habt definitiv zu wenig Essen. Die sind noch minimal am... Warte mal, ich bin noch blöd. Ah, scheiße. Ihr habt vergessen, die Bäcker anzuschmeißen. Ach, ich bin doch doch... Das kann ja nicht funktionieren. Alter. Da habe ich jetzt aber... Moment mal, wieso ist denn der... Der ist ja quasi über... Hä? Hä? Was stimmt denn mit denen nicht? Irgendwann ist hier buggy. Guck mal. Null, 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 null. Was war das denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Was war denn das für ein Bug? Hä? Also irgendwann stimmt hier mit den Öfchen nicht. Die sind null. Die sollten doch eigentlich rödeln. Warum habe ich noch 176 Mehl? Verdammte Scheiße. Holy shit. Ich brauche noch einen Gemeinschaftsofen. Irgendwie wird da so nix, wenn die da rumnudeln. Dann kann ich nur noch einen hinbauen, verdammt. Der ist zwar ziemlich groß, ne? Scheiße. Dann machen wir hier noch einen hin. Ich kann es ja nicht ändern. Die kommen nicht hinterher mit Backen. Warum? Warum ist das jo? Hm. Zu wenig Leute zum Transportieren. Oh, das Felskurs. Haben sie zu lange gebraucht. Das Zeug da einzulagern? Ich weiß nicht. Ein Tier ist davon gelaufen. Ist das denn fucking ernst? Das ist doch eingezäumt. Zehnt bezahlt. Abgegeben nur waren 18. Okay, das ist ja nicht wirklich viel, ne? Oh, ich habe 2068. Eben waren es noch 1700. Das heißt also auf jeden Fall, äh, die Steuer ist, äh, ordentlich. Also da kommt ordentlich Kohle rein. Aber was mich jetzt hier nervt, ist, dass das ganze Mehl noch rumliegt. Hier, 174 Mehl. 23 Korn sind sogar noch da. Das gibt's doch nicht. Der nudelt noch, okay. Der nudelt auch noch. Aber die da machen irgendwie nicht so... Da kommen jetzt, glaube ich, welche, oder? Nee. Da. Nee. Da. Da. Jetzt. Jetzt bauen sie. Holy shit. Dann machen wir jetzt mal hier eine Vollbesetzung, damit man richtig hier die Luzi abgeht. Wir müssen jetzt natürlich andere Zeichen da rumschleppen. Das ganze Mehl, ne? Das dauert natürlich auch noch. 182 Mehl sogar jetzt. 180. Jetzt geht's wieder runter. Nee, das dauert. Fünf? Acht? Junge, was ist da los? Irgendwie läuft das hier nicht so. Guck mal, die sind alle nicht versorgt. Was ist das für eine Kacke? Die haben alle nichts zu essen. Scheiße. Dein Essen ist nicht gut verteilt, irgendwie. Und ihr habt so wenig Leute, die es transportieren. Ah. So. Machen wir jetzt einen Förster, damit wir ein paar Leute freikriegen. Kein werden ein paar Leute weiter之ери. naja schauen wir mal wie das jetzt wird fange ich mal an mein obstquark zu rühren der hier schon vor sich hin wartet während der wind da langsam aber sicher ausläuft er kann ja mal ein bisschen schneller aber sicher auslaufen aber so richtig toll finde ich das jetzt nicht dass hier immer noch 160 mehr rumgammeln gibt's doch gar nicht kommen nicht hinterher mit dem brot backen da hätte ich doch sollten den stadtperk brotbäckerei oder so nehmen das war echt ein fehler kann man auch nicht rückgängig machen einmal scheiße gebaut dann ist sie gebaut nicht gleich mal gucken wie ich das mit den waffen machen muss ich ja noch ein paar waffen nach produzieren damit die milizen da ordentlich material kriegen so lecker quark aber was wird 138 137 ok jetzt kommt hier mal richtig essen rein rot der rest ja nicht wie sieht es denn aus mit wohnen 0 0 0 0 0 scheiße 0 ok wir haben immer noch fast 20 das sind dann genau die also muss jetzt mal butterball die fische ok na deaktiviert ok haben wir ja gesagt den brauchen wir nicht den kann ich aber auch gar nicht umbauen das ist halt das komische hier kann ich das beenden und umswitchen bei dem bugner nicht warum nicht ich hätte das hier fallen stellen hätte ich sein lassen sollen das ist echt quatsch dann hätte ich dann hier die bäckereien machen sollen das hier bringt nicht wirklich viel das ist so wenig zeug statt dem punkt hier hätte ich sollen den hier nehmen mit bäckereien und statt den fallen stellen holzkohle also das hier ist okay das hier da kann man drüber streiten das ist überflüssig und irgendwie bräuchte es nochmal eine ausweitung dass man noch mal mehr zwischenstufen machen könnte oder auf jeden fall mehr punkte zum verteilen das sind zu wenig punkte das ist echt schwierig und die hungern hier ja schon jede fünfte mahlzeit also ich brauche sehr viel mehr essen das hier macht ja nie so viel sinn ne feldfrüchte 50 prozent weniger ertrag ist ja schwachsinn und hier ist nix okay februar immerhin wir haben noch genug zu essen knapp aber es geht noch gerade so an der kante was sagt der mehl vorrat 111 immer noch die kommen nicht hinterher mit backen ich glaube es nicht da wird mittlerweile gebacken ich habe jetzt drei quasi drei bäckereien mit neuen leuten und es reicht immer noch nicht komm einfach nicht hinterher das ist übel das ist echt übel apropos nicht hinterher kommen was sagten unser dings hier haben sie jetzt mal alles abtransportiert ne haben sie nicht was läuft denn da schief leute das kann doch nicht wahr sein ich habe doch hier vier jahr gekauft wo sind denn die und warum läuft das nicht sägegrube hofstätte 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 da häng ich jetzt fest weil die das zeug nicht abtransportieren kann doch nicht wahr sein geht geht Vielen Dank.